Deine Pläne sind einfach perfekt. So atemberaubend schön. Darauf haben wir lange gewartet. Nichts ist wichtiger als die Festnahme von Diabolik. Ist das klar? Diabolik ist eine Zwangsvorstellung für dich. Um ein Haar hätte ich ihn gefangen. Sobald ich ihn habe, wird sich unser Leben verändern. Der Mann, der sagte, dass er mich liebt, hat mich im Stich gelassen. Und mich verletzt, der Polizei ausgeliefert. Nur um sich selbst zu retten. Diabolik muss bald einen neuen Raubzug durchführen. Vielleicht haben wir ihn gleich. Jinko. Playoff pictures. ARD Text im Auftrag von Funk